Hallo, ich bin Li und heute lesen wir eine Geschichte von Friedrich Glauser. Möchtest du keines der Hörbücher zum Einschlafen auf meinen beiden Kanälen mehr verpassen? Dann klick einfach auf die Links in der Beschreibung unter dem Video und hole dir zwei gratis Abos. Der alte Zauberer Von der Bahnstation bis zur Abzweigung, die nach Weiblikon führte, war die Straße noch asphaltiert. Und Wachtmeister Studer fluchte nicht allzu sehr, obwohl es vom Himmel schüttete und ein durchaus unangenehmer Herbstwind pfiff. Außer dem Wetter störte den Wachtmeister einzig die Rösti, die seine Frau ihm am Morgen vorgesetzt hatte. Denn auf die Rösti am Morgen hielt er, der Wachtmeister Studer. Sein Vater, der im Emmentalbauer gewesen war, hatte sie am Morgen gegessen. Sein Großvater auch, warum sollte er eine Ausnahme machen? Aber dass man alt wurde, war eben eine Tatsache. Die Verdauung funktionierte nicht mehr wie früher. Man bekam Sodbrennen von der Rösti. Studer schob dies auf das schlechte Fett, das seine Frau wohl der Sparsamkeit wegen gebraucht hatte. Irgend so ein modernes Geschlaf war es wohl das Fett. Er trappte mit den dicken Sohlen durch die Pfützen, zog den Gummimantel enger an den Bauch. Nicht einmal rauchen konnte man bei diesem Wetter. Da war die Abzweigung. Sie war gerade breit genug, dass ein Göhlenwagen durchfahren konnte. Rechts ging es steil bergab in ein Bachbett, links stieg ein triefender Wald in die Höhe. Der Wachtmeister dachte an Dinge, an die man ebenso denkt, wenn es schüttet und wenn man friert. An einen Jassabend, an seine Amtsstube, an seinen Sohn, der als Setzer ausgelernt hatte. Studer hatte ein dickes, rotes Gesicht, das jetzt ein wenig bläulich angelaufen war, und einen vertrauenerweckenden Schnurrbart. Zwischen den vom Rauchen braun gewordenen Schneidezähnen spuckte er kunstgerecht wie ein Achtjähriger in weitem, geraden Strahl. Und der Regen war machtlos gegen diese Kunst. Und der Wind auch. Das freute Studer. Dass ihm hingegen der Regen die Ärmel herab in die Taschen lief, das ärgerte ihn wieder, so dass er nicht recht wusste, welches Gesicht er schneiden sollte. Es war überhaupt schwer, bei diesem Wetter seinen eigenen Willen durchzusetzen, besonders was das Gesichterschneiden betraf. Denn der Regen fuhr ihm manchmal mit seinen nassen Fingern in die Augen, und die breite Krempe des Hutes war ein ungenügender Schutz gegen derart böswillige Attacken. Die Straße wurde steil. Studer fluchte ein wenig, schüttelte den Kopf, dass die Tropfen von seinem Hutrand tangential abflogen. Es war ja schließlich, dachte er, nicht die Schuld des kantonalen Polizeidirektors, dass er hier in der Nässe herumvagieren musste. Sonst gab man ja dort oben auf anonyme Briefe nicht viel, aber hier schien der Fall doch etwas anders zu liegen. Und das Ganze war eine etwas kohlige Geschichte. Wo man da anpacken sollte, war nicht ganz klar. Entweder war das Ganze ein Versuch, die Behörde zu blamieren, und da musste man doppelt vorsichtig sein, oder es war etwas ganz Großes dahinter. Ein Sensationsprozess vielleicht. Und dann kamen die Reporter von den ausländischen Zeitungen, und man bekam ein wenig internationalen Ruhm weg. Das war nicht zu verachten. Mein Gott, man hat es ja nicht nötig. Man war ja sonst schon in den Fachkreisen bekannt, in Wien besonders, in Paris auch. Es hatten sich da ein- oder zweimal ziemlich schwierige internationale, halb Spione, halb Einbrecher, in der Schweiz wie in einer Mausefalle gefangen. Das sollte doch genügen, besonders wenn die Pensionierung in erreichbarer Nähe stand. Und noch fünf Jahre. Fünf Jahre wird man doch noch aushalten. Aber seinen Namen zu lesen, im Journal zum Beispiel, mit schmeichelhaften Beiwörtern, das war nicht zu verachten. Etwa so, le distingué inspecteur de la sûreté studière, dont le talent remarquable est bien connu dans les milieux policiers, und vielleicht noch seine Fotografie dazu. Ja, die Franzosen hatten es los. In der Schweizer Presse war man sparsamer mit lobenden Beiwörtern. Da kam rechts vom Wege ein Heuschober in Sicht. Ein wenig unterstehen kann man, dachte Studer, und fühlte dabei nach seiner Brusttasche. Gut, dass ihm die Frau noch Cognac gerüstet hatte. Der würde jetzt gerade lau sein von der Körperwärme, und in der zerfließenden Sintflut ringsherum wäre eine Stärkung doch nicht zu verachten. Studer ging in den Heuschober. Das Heu war trocken, er nahm einen Büschel, wischte sich die nassen Schuhe ab, trocknete die Hände an einem sauberen Taschentuch und zog den Brief aus der Tasche, der den Polizeidirektor so aufgeregt hatte. Es stand wenig darin. Der Bauer Berthold Leuenberger in Weiblikon begräbt seine vierte Frau. Er ist 60 Jahre alt. Die drei letzten Frauen sind innerhalb von drei Jahren verstorben. Es waren immer Junge. Er sagt, das Wasser bei ihm auf dem Hof ist schlecht. Fehle meinen etwas anderes. Wann wird das Gericht endlich einschreiten? Wenn das Wasser schlecht ist auf seinem Hof, warum ist er nie krank geworden, noch sein Vieh, Knecht und Gesinde? Jetzt geht er wieder um, der Bauer, wie ein brüllender Löwe, und suchet, wen er verzehren könne. Aber Gottes Gericht ist über ihm, wenn ihn das Gericht der Menschen vergisst. Die Schrift war verstellt, das Papier grob, längliche Rechtecke überspannten es wie ein feines Netz. Nach dem Schluss des Briefes musste ihn ein Stündler geschrieben haben, ein Bibelkundiger. In drei Jahren drei Frauen? Das war merkwürdig. Aber die Totenscheine mussten doch in Ordnung sein. Studer hatte mit dem Polizeidirektor im Telefonbuch nachgesehen und den Namen meines Arztes gefunden, der als gewissenhaft bekannt war. Dieser Arzt war früher am Spital gewesen. Die Polizei hatte bei Unfällen mit ihm viel zu tun gehabt. Der Mann war untadelig. Aber man weiß ja, wie es in einer Landpraxis zugeht. Man hat nicht viel Zeit, wenn man weit herum Besuche machen muss. Und Irren ist ja bekanntlich menschlich. Studer stapfte weiter. Ganz wenig hältte sich das Wässer auf. Das heißt, der Regen hörte auf zu fließen. Dafür senkte sich ein dicker, weißer Nebel über das Land. So dicht war dieser Nebel, dass Studer die Häuser zuerst gar nicht erblickte, aus denen derweiler Weiblikon bestand. Ein Junge mit halblangen Hosen, die bis zur Mitte der nackten Waden reichten, die Füße in Holzschuhen, stopfte an ihm vorbei. »Wo ist die Wirtschaft?« fragte Studer. Der Junge glotzte zuerst. Dann deutete er mit einer schmutzigen Knabenhand geradeaus und wies nach links, hob dann fünf gespreizte Finger. »Bist du stumm?« Der Junge nickte. »Also das fünfte Haus links«, dachte Studer und stapfte weiter. Das Gastzimmer, das an den kleinen Laden stieß, war klein, nieder und finster. »Das musste doch bald Mittag sein.« Studer zog den triefenden Mantel aus, zog die Weste straff über seinen Bauch, zog noch den Rock aus, dessen Ärmelenden durchweicht waren, und setzte sich. Dann zog er die Uhr aus der Tasche. Eine flache, goldene Uhr, die er an seinem zwanzigjährigen Dienstjubiläum geschenkt erhalten hatte. Sie zeigte zehn Uhr. Es war früh. Er hatte Zeit. Lange blieb die Stube leer. Kein Mensch zeigte sich. Es herrschte in ihr jener ein wenig ekelerregende Geruch, auf nüchternen Magen ist er noch schwerer zu ertragen, von abgestandenem Bier und kaltem Pfeifenrauch. Endlich erschien ein gähnendes Mädchen, das unwällig die Absätze seiner Finken auf dem Boden nachschleifte. Studer bestellte einen Dreierroten und eine Portion Hamm. Das Fleisch war gut. Er bestrich es dick mit Senf. Auch der Wein war nicht schlecht. Die Stube war gut geheizt. Die nasse Luft von draußen vermochte nicht, durch die Doppelfenster zu dringen. Dem Kommissar wurde wohl. Seine Augen bekamen einen trockenen und klaren Glanz und er überlegte, wie er sich am besten an das Mädchen heranmachen könne. Diese Serviertochter musste einmal in der Stadt gedient haben. Sie hatte verrauchte Dauerwellen und trug ein kunstseidenes, schon ein wenig brüchiges Kleid. Studer hätte es als einen psychologischen Fehler empfunden, eine Dorfmaid zu einer Konsommation, wie sie in Genf sagten, einzuladen. Aber hier konnte man es riskieren. Das Mädchen bügelt in der Nähe des großen steinernen Ofens, der von der Küche her geheizt wurde, gestärkte Schürzen. Studer klopfte auf den Tisch. Es war der biedere, alte Handlungsreisende, der sich gern eine kleine Zerstreuung gönnt, obwohl die Zerstreuung hier etwas Überwindung kostete. Als das Mädchen mürrisch näher kam, fragte er verlockend, ob sie nicht auch etwas nehmen wolle. Es sei so kalt draußen. Das Mädchen schwärmte für Wermut. Es holte die staubige Flasche vom Wandbord, sagte »Excusez« und »wenn's erlaubt ist« und drängte seine Magerkeit ziemlich dicht an den Wachtmeister. Und das Gespräch entspannte sich. Studer ließ sich Zeit. Man muss sich immer Zeit lassen. Reise in Düngemitteln, besonders Thomas Schlacke sei jetzt sehr preiswert zu kaufen, ein ausgezeichnetes Phosphordüngemittel. Aber er wolle zuerst ein wenig Bescheid wissen über die Leute in der Gegend. Sein Auto habe er am Bahnhof gelassen, denn der Weg sah doch gar zu schlecht. Und er plätscherte und plätscherte und das Mädchen langweilte sich und gähnte. Das war das Richtige, wenn sie gähnte, so ehrlich gähnte. Dann glaubte sie ihm seine Geschichte. Und vorsichtig begann er, von den Bauern der Gegend zu reden und zu fragen, wer wohl den größten Hof habe und welche die besten Abnehmer seien. Aber er wolle nur von solchen wissen, die Geld hätten im Haus. Und man habe ihm besonders den Berthold Leunberger gerühmt. Der habe so einen großen Hof, aber große Hilfe seien meistens verschuldet. Ob man etwa bei diesem anklopfen könne? Und was das für ein schönes Kleid sei, das die Jungfer da anhabe. Man sehe doch gleich, dass sie nicht von hier stamme und gute Manieren habe. Nur, wie sie das Glas halte. Das kam alles in einem leise, einschläfernden Redestrom. Besonders die Komplimente. Denn Studer hatte bemerkt, wie ein leises Erschrecken durch den mageren Körper neben ihm ging, als er den Namen Leunberger nannte. Er säbelte an seinem Schinken herum. Tja, also, dieser Leunberger, ob es sich wohl empfehle, ihn zuerst zu besuchen? Komme er öfters in die Wirtschaft? In die bleichen Augen des Mädchens neben ihm kam ein seltsames Flimmern. Der Leunberger habe den Leichenschmaus gestern bei ihm gehabt. Leichenschmaus? fragte der Wachtmeister. Wer ist denn da gestorben? Seine Frau. Tja, dann sei es wohl nicht günstig, ihn heute zu besuchen. Das Mädchen stieß ein pfeifendes Lachen aus, leerte das Glas, fragte zutraulich, ob es ihr erlaubt sei, noch eins zu trinken. Der Wachtmeister nickte. Das kam sicher gut, wenn diese Trucke halb betrunken war. Und er bohrte weiter. Also, der Leunberger, der habe den Leichenschmaus hier gehabt. Wie alt er denn sei? Ob er wohl wieder heiraten wolle? Das Mädchen zierte sich. Ach, es werde sich schon eine finden, die nicht alles glaube, eine couragierte. Es stellte sich heraus, dass der Leunberger schon zu Lebzeiten seiner Frau oft in der Gaststube seiner Abende verbracht hatte und dass seine Frau noch glücklich bei ihm werden könne. »Was ist das für ein Mensch?« dachte der Wachtmeister. »Dieser Bauer hat nicht genug an vier Frauen, die er unter den Boden gebracht hat. Nein, er schafft auf Vorrat. Während die letzte noch am Leben ist, sorgt er schon für die folgende.« Fast wäre ihm die Frage herausgefahren, ob sie denn nicht Angst hätte, über den Frauen des Leunberger weilte doch kein guter Stern. Aber er schluckte die Bemerkung noch rechtzeitig hinunter, untersuchte aufmerksam das Deckblatt seines Stumpens, er hasste es, diese Rauchware am falschen Ende anzuzünden und schwieg. Denn jetzt war wieder Schweigen am Platz. Der Redestrom rann von selbst wie aus einem angestochenen Fass. Der Wermut hatte seine Wirkung getan. Nur nicht unterbrechen. Er erinnerte sich dunkel, dass ihm ein alter Untersuchungsrichter zu Beginn seiner Laufbahn diesen Rat gegeben hatte. sich unbemerkbar zu machen, wenn der andere erst einmal loslegt. Aber den Rat brauchte er nicht mehr. Er wusste, bei Zeugenverhören, bei fälligen Geständnissen, war Schweigen ein so starkes Druckmittel, dass die mittelalterlichen Foltermethoden dagegen zu einem einfachen Kinderschreck zusammenschrumpften. Und er fuhr genug, der Wachtmeister. Er fuhr genug, um sich ein ziemlich gelungenes Bild von diesem Leuenberger zu machen. Das Mädchen schilderte ihn ganz gut als einen großen, mageren Mann mit noch dunkelbraunen Haaren trotz seinem Alter. Glatt rasiert. Mit seiner ersten Frau hatte er 40 Jahre zusammengelebt. Das Ehepaar hatte keine Kinder gehabt. Dann war die Frau in einer Lungenentzündung gestorben, vor zehn Jahren. Sie war fromm gewesen, den Bauer aber hatte man nie in der Kirche gesehen, auch nicht in der Stunde. Nach dem Tode seiner Frau war er allein geblieben und hatte den Hof bewirtschaftet mit einer Magd und drei Knechten. Übrigens habe er einen schlechten Ruf, als stehe er mit dem Teufel im Bunde. Das Mädchen lachte und ließ Goldplomben sehen. Sie glaubte nicht daran, aber Tatsache sei, der Leuenberger habe viel Zulauf. Von weit herum kämen Leute, um ihn zu befragen, wenn Krankheit im Stall sei. Auch bei Menschen, wenn der Doktor nicht mehr zu helfen wisse. Er stünde sonst gut mit dem Doktor, der Leuenberger, sagte das Mädchen. Bei den Krankheiten seiner Frauen habe er immer den Arzt beigezogen. Der sei jedes Mal ein, zwei Mal hier heraufgekommen. Der Leuenberger habe ihn gerufen, aber der Arzt habe nichts Rechtes finden können. Darmkartar, bei allen dreien. Einmal habe er sogar an Typhus geglaubt, bei der zweiten Frau, aber er habe es dann doch nicht kontrollieren können, denn da sei die Frau schon gestorben gewesen. Ja, der Leuenberger sei arg verhasst, besonders bei den Frommen. Und von diesen gehe die Sage aus, er stünde mit dem Teufel im Bunde. Als ob es so etwas gäbe, ein Teufel. Das Mädchen stieß wieder ihr pfeifendes Lachen aus. Sie sei aufgeklärt, sagte sie. Bevor sie in dieses Kaff gekommen sei, habe sie eine gute Stelle gehabt in der Stadt. Und jetzt müsse sie hier unter dem Mond leben, bei den Rüchen. Aber der Leuenberger, das sei so der Beste hierherum, immer manierlich, immer Fräulein Rosa, sagte er. Und einmal habe er sogar gefragt, ob sie nicht seine Frau sein wolle, wenn er wieder Witwer sei. Warum nicht? Sie glaube doch nicht alles, was die anderen da erzählen. Und Angst habe sie keine. Als Frau vom Leuenberger hätte sie dann keine Sorgen mehr. Es ging ihr gut und der Leuenberger habe ihr versprochen, sie dürfe nach Bern fahren, wann sie wolle. Er habe schon lange daran gedacht, sich ein Auto anzuschaffen. Und wenn sie dann so ihre ehemaligen Freundinnen besuchen könne und triumphieren über sie, dann nehme sie es noch gern mit dem Teufel auf. Aber jetzt müsse sie in der Küche helfen. Es wundere sie überhaupt, dass die Wirte noch nicht gekommen sei, sie zu holen. Sie müsse das Mittagessen kochen. Ob der Herr auch hier essen wolle? Ja, sagte Studer. Gegen halb eins werde er zum Essen kommen. Er wolle jetzt zuerst ein wenig bei den Leuten anklopfen, wegen den Düngemitteln. Der Mantel war trocken. Draußen bemühte sich eine schwindsüchtige Sonne, den milchigen Nebel zu trinken. Es gelang ihr schlecht, es war einfach zu viel da. Sie gab es auf, von der Anstrengung war sie ein wenig rot geworden. Wachtmeister Studer schritt durch die wenigen Häuser, die rechts und links von der Dorfstraße lagen. Er trat hier ein, trat dort ein, zeigte eine Biedermine und pries Thomas Mehl an. Manchmal, wenn die Frauen allein daheim waren und der Mann fort im Wald beim Holzen, wurde er in die Küche gebeten. Es war nicht schwer, die Frau auf das gewünschte Thema zu bringen. Aber aus allen Gesprächen, die Studer an diesem Morgen führte, konnte er nur zwei ganz unwägbare Gefühle herausdestillieren. Die Furcht, die alle Frauen vor dem Leunberger hatten und die Überzeugung, dass der Leunberger drei Frauen umgebracht hatte. Der anonyme Brief war somit erklärt, aber einen Menschen auf Gerüchten hin zu verhaften, das ging nicht. Studer wurde unsicher. Weiber getratsch, dachte er und sah seinen schönen Sensationsprozess zerfließen wie den Nebel vor ihm, der gerade jetzt zwei glänzend rote, zierliche Bäumchen freigab. Sie glühten in der Sonne wie flüssiges Erz und durch eine sonderbare Gedankenverbindung musste Studer an die Hölle denken, so wie er sie sich als kleiner Bube vorgestellt hatte. Sie hatten ihm genug vom Teufel vorgeschwatzt, die Weiber, den ganzen Morgen lang. Schon als Bub sei der Leunberger ein gar merkwürdiger gewesen und habe mehr gesehen als andere Leute. Eine uralte Großmutter hatte sich erinnert, dass der Bertel, damals erst elfjährig, am Tag der Zehntausend Dritter, gegen Abend atemlos heimgekommen war und auf der Schwelle zusammengebrochen und in der Nacht habe er dann gefiebert. Im Fieber habe er immer von einem schwarzen Mann erzählt, der sei auf einem schwarzen Ross über den Geigenhobel geritten. Und der Ritter, der Mann auf dem Ross, der habe keinen Kopf gehabt, aber er habe dem Jungen immer mit der Hand gewinkt. Seit diesem Tage sei der Leunberger verändert gewesen. Er habe immer viel gelesen, die dicken Bücher, die sein Vater gehabt habe. Sein Vater sei auch ein Kluge gewesen. Der habe das Vieh besprechen können und der Großvater Leunberger auch. Sie seien vor Generationen hier eingewandert, die Leunberger. Niemand habe gewusst, woher sie gekommen seien. Kein Sektionsprotokoll, keine richtiggehende Anzeige. Studer nannte sich einen Idioten. Er hätte doch wenigstens, bevor er hier heraufkam, sich an den Arzt wenden können, der die Frauen behandelt hatte, und diesen fragen, ob ihm nichts aufgefallen sei. Es war dem Wachtmeister ungemütlich zumute, erfröstelte. Ob er sich wohl diesen Morgen bei dem Sauwetter erkältet hatte? Er fühlte sich hin- und hergerissen. Sollte er einfach ins Wirtshaus zurückgehen, dort zum Mittagessen und dann sang- und klanglos wieder nach Bern zurückkehren? Aber es hielt ihn etwas zurück. Man blamiert sich nicht gern, wenn man einmal so lange Dienst gehabt hat. Und sollte er vor diesem Leuenberger einfach ausreißen? Ganz dunkel und ohne dass er es hätte formulieren können, kam ihm die Überzeugung, dass das Frösteln einfach ein Zeichen der Angst sei. Erkältung! Er hatte schon oft in noch ärgerem Wetter stundenlang auf der Straße auf irgendeinen aufpassen müssen. Furcht vor dem Leuenberger! Er stampfte wütend vorwärts. Aber so blind links, dass die Sohle in eine Wasserlache klatschte und das Wasser an seinen Hosen in die Höhe spritzte. Den Leuenberger wollte er doch noch sehen. Was Teufels Visionen! Das war Mittelalter! Und jetzt gehörte es ins Gebiet der Irrenärzte und der psychiatrischen Gutachten. Den Leuenberger wollte er noch kennenlernen. Da war sein Hof. Studer stellte fest, dass er geträumt haben müsse, denn die roten Bäumchen waren jetzt gerade neben ihm, also war kaum zehn Schritte vorwärts gekommen. Er nahm einen Anlauf und die nassen Hosen scheuerten an seinem Knie. Rechts von ihm breitete sich ein riesiger Obstgarten aus. Alte Bäume stellte Studer fest, aber vor noch nicht langer Zeit frisch gepfropft. Und dieser Obstgarten ließ eine dunkle Erinnerung in ihm auftauchen. Obstbäume, Schädlinge, Schädlingsbekämpfung. Was brauchte man zur Schädlingsbekämpfung? Arseniz? Vor der Tür des Hauses blieb Studer noch einen Augenblick stehen. Ein Giftprozess, bei dem er Zeuge gewesen war, ging ihm durch den Kopf. Was waren doch die Symptome von Arsenvergiftung? Durchfall? Ja, was hatte nur der Experte gesagt? Es sei manchmal schwer, eine Arsenikvergiftung festzustellen. Die Ähnlichkeit mit anderen Darmkrankheiten sei groß, nur die chemische Analyse der inneren Organe könne Sicherheit geben. War da der Angriffspunkt? Aber warum hatte dieser Leuenberger, wenn er ein Giftmörder war und das war noch nicht bewiesen, warum hatte er dann seine Frauen ermordet? Es waren doch alle arme Meitschi gewesen, hatte sie ihm erzählt. Er hatte doch nichts davon. Warum? Er stieß die Tür auf, der Wachtmeister Studer legte sein Gesicht in tiefe Falten und trat in die Küche. Sie war leer. Im Zimmer nebenan hustete jemand. Studer tappte laut auf den Fliesen und nebenan stand jemand auf. Die Verbindungstür wurde aufgerissen und in ihr stand ein großer alter Mann und blickte auf den Eindringling. Was wollt ihr? fragte der alte Mann. Studer war in seiner Rolle. Er redete ölig von Thomas Schlacke und Düngemitteln und ob er den Bauern vor sich habe. Und während er redete, hatte er Mühe, dem anderen in die Augen zu sehen. Das war schwierig, sehr schwierig, die Lieder nicht niederklappen zu lassen, dem Blick des anderen stand zu halten. Eine alte Redensart ging dem Wachtmeister durch den Kopf. Der kann auch mehr als Brot essen. Und während Studer weiter plauderte, kroch ihm eine feuchte Angst den Rücken hinauf, nistete sich im Nacken ein, füllte den Kopf aus, brachte ihn fast zum Platzen. Die Augen trennten. Er musste den Blick niederschlagen. Und dann schweg Studer. Der andere wartete, wartete eine geraume Weile. Dann kam von der Tür eine merkwürdig durchdringende Stimme. Ein Ton hatte diese Stimme, Erschütterung im Körper auslöste, nicht unangenehme, so wie ein leichter elektrischer Strom. Drötet näher, sagte die Stimme. Ihr seid willkommen, habt kein freundliches Wetter gehabt, um auf den Berg zu kommen. Pause. Und zu mir zu kommen, um eure Düngemittel anzupreisen. Es wird wohl nicht so sehr pressieren, ihr bleibt zum Essen bei mir, habt gern einen Gast von Zeit zu Zeit, man hört etwas von der Welt. Und gerade jetzt seid ihr willkommen, jetzt, wo ich im Leid bin. Wachtmeister Studers Verstand hatte plötzlich jegliches exakte Arbeiten vergessen. Ich mache mich lächerlich, dachte er, während er seinen rundlichen Körper an dem Sehnigen des Anderen vorbeidrückte. Ein helles, warmes Zimmer. Die Sonne spritzte vielflüssiges Gelb durch die kleinen Scheiben der Fenster. Es ging wirr zu im Kopf des Wachtmeisters. So einen habe ich noch nie getroffen, so einen habe ich noch nie getroffen, dachte er ununterbrochen und fühlte sich als blutiger Anfänger, ohne Überlegenheit, winzig klein wie ein Büblein in der Schule vor dem Lehrer. Der macht mit mir, was er will, dachte er noch. Studer, Studer, sagte er zu sich selbst, wärst du ins Wirzhaus gegangen, hättest dort gegessen und wärst dann heimgefahren. Studer, was ist mit dir los? Du hast doch schon andere Leute gebodigt, wirst du Angst haben vor so einem Bauer? Du wirst alt, Studer, lass dich pensionieren. Der Leuenberger war gemütlich. Er schien sich glänzend zu unterhalten bei diesem stummen Spiel. Natürlich, dachte Studer, der ist nicht auf meinen vorgeschützten Beruf hereingefallen. Der hat mich gleich erkannt als der, der ich bin. Und so sicher ist er eine unerschütterliche Sicherheit. Der alte Leuenberger benahm sich untadelig, machte nicht so viele Worte, nötigte den Gast auf die Bank am Fenster, setzte sich ihm gegenüber und schwieg. Schwieg lange. Studer nahm einen Anlauf. Ihr seid also im Leid? fragte er, so harmlos als möglich. Und auf einen kurzen Augenblick hob über die Augen. Unerträglich, was dieser alte Bauer für einen Blick hatte. Es sah aus, als seien seine Augen aus einem matten Stein. Nur dort, wo die Pupillen saßen, drang zwei spitze Strahlen hervor. Anders konnte man das wohl nicht nennen, die trieben einem das Wasser in die Augen. Und Stoder klappte wieder mit den Liedern. Ja, sagte Leunberger, meine Frau ist gestern begraben worden. Sie ist zu Verwandten gefahren, hat wohl etwas Unrechtes gegessen, sterbend haben sie mir die Leute ins Haus gebracht. Der Doktor hat sie kurz vorher gesehen, kurz vor ihrem Tode. Ein Darmfieber, Ja. Und Leunberger schwieg wieder. Er hatte die Hände vor sich auf dem Tisch gefaltet, langfingrige Hände stellte Stoder fest, mit gekrümmten Nägeln daran, gelblichen Nägeln, gewölbt. In der Küche lief jemand herum. Rösi, rief Leunberger, ganz sanft, es klang wie das Mautzen eines Katers. Ein junges Mädchen erschien. Lauf in die Wirtschaft und sage dort, sie sollen nicht auf den Herrn warten, der Herr ist hier. Schweigend ging das Mädchen, auch sie hatte den Blick nicht gehoben. Also, sagte Leunberger und blickte auf die alte Tischplatte, er wollte mir Kunstdünger verkaufen, oder? Wenn er die Augen gesenkt hielt, war es sicher nichts Besonderes an diesem Bauer. Er war ein alter Bauer, wie andere auch, mit einem runden, samtenden Käppchen auf dem Kopf, das mit bunten Seidenblumen bestickt war. Welche von seinen Frauen hat ihm jetzt das Käppchen gestickt? dachte der Wachtmeister und zugleich sollte er antworten und wieder war da dieses unangenehme Gefühl im Nacken. Am ehesten erinnerte es noch dieses Gefühl an den Eindruck, den man in einer Schlägerei hat. Man hat sich nach vorn zu wehren und plötzlich bekommt man die Warnung, als hinten im Kopf hätte, hinter dir steht einer mit aufgezogenem Gummiknüppel und jetzt schlägt er. Furchtsam sah sich der Wachtmeister um. Hinter ihm war ein unschuldiges niederes Fenster, niemand blickte durch die Scheiben. Vor ihm saß ein alter Mann mit gefalteten Händen. Er geringen her drohte Gefahr und doch war es unheimlich in diesem sauberen Bauernzimmer und ganz schnell schickte der Wachtmeister ein Blick ringsum. Ein alter Schrank in einer Ecke der breite Ofensitze, ein Bart an der Wand, alte Bücher darauf. Stoders Blick blieb an den Büchern haften. Leunberger sah auf, folgte der Richtung, nickte, sagte, als müsse er eine Frage beantworten. Alte Bücher, ja, vom Urgroß-City. Bücher, die man nicht mehr findet, mit handschriftlichen Bemerkungen. Ich zeig sie noch nicht gern. Und weder das Schweigen. Draußen in der Küche, das scheue Klappern von Holzböden, das Mädchen musste zurück sein. Pfannen rasselten. Wasser lief. Ein Hahn krähte vor dem Fenster. Und nicht einmal ein Sektionsprotokoll, dachte der Wachtmeister. Wie kann man an diesen Menschen herankommen? Das Spiel beginnen. Es kam ihm ein dummer Vergleich in den Sinn, aber er wurde ihn nicht los. Wie beim Jassen, musste er denken. Der Gegner hat die Hände voll Trümpfe, er trumpft, trumpft, er hofft, den Match zu machen. Nur eine falsche Karte hat er. Und beim vorletzten Stich hat man doch noch zwei Asse in der Hand. Welches soll man verwerfen? Verwirft man das Falsche, ist man der Lackierte. Auch hier, der andere hatte alle Trümpfe. Aber eine falsche Karte hatte er. Das Gefühl hatte Studer deutlich. Und er musste verwerfen. Verwerfen. Wenn er nicht die richtige Karte behielt, dann war alles verspielt. Sein ganzes Leben war nichts wert. Hier war ein Kampf auf seinem Boden eigentlich. Er war doch auch ein Bauernsohn. Gott, die Internationalen. So klug waren sie nicht. Und die großen Kanonen kamen ja nie in die Schweiz. Aber dieser Bauer, dieser Leunberger, der reizte ihn. Dem musste er es zeigen. Und dabei hatte das Spiel doch kaum begonnen. Und wo war der Einsatz? Diesmal war es nicht ein halber Liter Fendant. Es ging um mehr. Und ganz geistesabwesend zog Studer sein Taschentuch aus der Tasche und wischte sich die Stirn. Er schwitzte. Dieses Schweigen in dem kleinen Zimmer. Es war nicht zum Aushalten. Und dann wurde es auch noch dunkel draußen. Der Nebel hatte sich wohl wieder eingefunden. Nein, es regnete. Ganz leise plätscherte es gegen die Scheiben. Ihm gegenüber der sanfte alte Mann mit dem Sandkäppli und den gestickten Blumen. Und da spielte der Bauer den ersten Trumpf aus. Ihr habt euch gar viel um mich interessiert, Herr, sagte er mit einer so stillen, unbeteiligten Stimme. Und ganz ruhig blieb er dabei. Ein Moment nur blitzten die Strahlen aus den versteinten Augen. Was meint ihr? Fragte Studer unbedacht und hätte das Wort so gerne wieder eingefangen. Er hätte schweigen sollen. Schweigen war das Beste. Und was hatte der alte Untersuchungsrichter gesagt? Und er seufzte. Denn er dachte, Untersuchungsrichter haben gut reden. Die sitzen in ihrem Büro. Wir haben die Vorarbeiten getan. Sie thronen hoch oben. Sie haben Autorität. Ich möchte einen Untersuchungsrichter an meiner Stelle sehen. Aber der andere schien das Spiel auch zu kennen. Denn auf die Frage des Wachtmeisters schwieg auch er und blickte nur still und ruhig auf seine gefalteten Hände. Dann sagte der Leunberger mit seiner tünnten Stimme, Ja, drei Frauen hab ich verloren in den letzten Jahren. Es muss ein Fluch sein auf meinem Hof. Und schielte lauernd zu seinem Gast, wie das Wort Fluch wirken werde. Aber nun hatte der Wachtmeister etwas gelernt. Das Taschentuch behielt er zwar in den Händen, aber er verschränkte die Finger darüber und nickte scheinheilig. Das Mädchen brachte das Essen. Es war Speck, Sauerkraut, Erdäpfel. Die Männer aßen schweigend. In der Küche trampten die Knechte. Der Wachtmeister hörte, wie sie absaßen. Hörte das Klappern der Löffel in den Tellern. Spitzte die Ohren, ob er nicht ein Wort erhaschen könne, durch die angelehnte Tür. Die Knechte aßen schweigend. Stühle rücken. Sie klapperten hinaus. Das Mädchen kam ins Zimmer, räumte den Tisch ab, stellte eine Flasche Brönz auf den Tisch, zwei Gläser, verließ wieder das Zimmer. Das waren keine Schnapsgläser, das waren Weingläser. Der Leunberger füllte die Gläser, trank das Seine mit einem Ruck leer. Der Wachtmeister folgte dem Beispiel. Er hätte am liebsten einen langen Fluch hinausgeschmettert. Aber mittendrin wäre ihm der Atem ausgegangen. Der Leunberger verzog keinen Muskel im starren Gesicht. Ein gutes Schnäpslein, sagte er, und es schien dem Wachtmeister als Grinsee auf den Stockzähnen. Und dann spielte er den zweiten Trumpf aus. Was hat sich die Polizei in Bern um meine Angelegenheiten zu kümmern, dass sie einen Wachtmeister zu mir heraufschickt? Hab ich etwas verbrochen? War es der Schnaps, der zu wirken begann? War es der offenkundige Hohn? Plötzlich war der Studer ganz klar im Grind, wie er sagte. Die Ängstlichkeit war plötzlich fort. Er fühlte plötzlich ganz deutlich, der da gegenüber ist reif. Jetzt ist ihm nur Zeit lassen. Jetzt mit ihm saufen den ganzen Nachmittag lang. Noch einmal verwirrten sich seine Gedanken. Ganz kurz. Er dachte an seine Gesundheit. Bei deinem Herzen, dachte er, kann es dich einen Schlag kosten. In Gottes Namen, dachte er weiter, die Kinder sind fast erwachsen. Die Alte hat die Pension. Und er war wieder klar. Zog das Schnupftuch, tat verlegen. Er schnolzte sich, bevor er antwortete und ließ seine Antwort ganz kläglich klingen. Och, gegen euch hat man apartig nichts, aber es sind natürlich immer böse Mäuler um den Weg und wir haben da einen Brief empfangen, der... Er zögerte scheinbar. Dann zog er den Brief aus der Tasche und legte ihn vor den Bauern hin. Jetzt zog der Bauer das Schnupftuch. Hielt es einen Augenblick wie zögernd in der Hand, dann kam die Brille zum Vorschein, er putzte die Gläser und mitten in diesem Geschäft stürte ihn der Wachtmeister. Rauchet ihr? Und hielt ihm eine längliche Tasche voll brandschwarzer Toskani hin. Leunberger sagte, ich danke auch, wählte eine, legte sie neben sich, putzte die Brille fertig, setzte sie umständlich auf. Da hatte Studer schon ein Streichholz angebrannt, bot dem Bauern Feuer. Das Zündholz verbrannte dem Wachtmeister schon die Finger, er hielt aus. Dunkel fühlte er, hier kam es auf solche Kleinigkeiten an, auf Unbeteiligtun, auch wenn man sich die Finger verbrennt. Endlich brannte die Zigarre. Leunberger spieh Sitz am Rauchschwaden aus, wie eine wohlerzogene Lokomotive, goss die Gläser voll, schluckte die Salpetersäure und beobachtete dabei den Wachtmeister. Der Wachtmeister trank das Zeug gelassen aus, schnalzte dann sogar mit der Zunge und jetzt war er es. Der sagte, ein gutes Schnäpslein. Der Leunberger beugte sich über den Brief. Er studierte ihn lange und aufmerksam, schob ihn dann zurück. »Ja«, sagte er, »es gibt böse Leute auf dieser Welt.« Und wieder das Schweigen. Der Regen pritschelte an die Scheiben. Es war ein schmutziges Dämmerlicht im Zimmer. Die Männer rauchten. Wenn nur nicht diese Stille über dem Hof gewesen wäre. Studer fühlte, wie ihn die Gefahr wieder im Rücken bedrohte. Darum sagte er, und es klang mir wie eine nebensächliche Feststellung, »den Frauen wird's nicht wohl sein in der nassen Erde auf dem Friedhof, bei dem Wetter.« »Was gehen mich die Frauen an? Mein Großzett, die hat Sechse begraben.« »Die richtige Blaubartfamilie«, sagte der Wachtmeister, und kaum waren die Worte heraus, hätte er sich mit den Fäusten an den Kopf klöpfen können. »Solche Dummheiten«, zu sagen. Aber die Antwort war scheinbar doch richtig gewesen. Denn der andere bekam einen sonderbaren Tick in die Mundwinkel. Man konnte es gerade noch sehen. Die Mundwinkel zitterten. Jetzt nahm Studer die Flasche vom Tisch und goß die Gläser voll. Das war gegen die Etikette. Er wusste es, aber er scherte sich jetzt ein Teufel um die Etikette. Er musste den anderen Teig machen. Teig wie eine Birne, die man in der Hand zerquetscht. »Zum Wohl«, sagte er. Der Bauer zögerte. Dann trank er. Und wieder war es Studer, der sich zu bemerken erlaubte, »ein gutes Schnäppchen.« Da stand der Leunberger auf, drehte das Licht an. Fast hätte der Wachtmeister durch die Zähne gepfiffen. Die Augen des anderen waren gar nicht mehr steinern. Sie schwammen. Die Augen, sie waren feucht. Dass er jetzt das Schweigen bewahrte, rechnete sich der Wachtmeister später hoch an. Obwohl, der Leunberger setzte sich nicht wieder. Mit einer merkwürdig brüchigen Stimme sagte er, »Er habe draußen noch einen besonders guten Tropfen. Ob er den noch holen dürfe?« »Sonderbar untertänig«, fragte er dies. Der Wachtmeister nickte. Er tat gut gelaunt, obwohl es ihm plötzlich kotzübel wurde und schwarz vor den Augen. Er biss die Zähne zusammen, schnäuzte sich, dass ihm schier der Kopf platzte, und dachte, »Nur jetzt nicht abgehen, sonst hat das Ganze keinen Sinn gehabt. Aufpassen jetzt!« Er schrie es sich innerlich zu. Und es half. Der Leunberger ging hinaus. Er blieb lange fort. Der Wachtmeister wäre gern hinausgegangen, um sich zu erleichtern. Er hielt aus wie ein Soldat auf verlorenen Posten. Endlich kam der Bauer wieder ins Zimmer. Er hielt eine kleine Flasche in der Hand. Sie war verstaubt. Aber sie war schon entkorkt. Der Bauer hielt sogar noch den Propfenzieher mit dem Korken daran in der Hand. War's dieser Umstand, der dem Wachtmeister verdächtig vorkam? Er hätte es später nicht sagen können. Aber der Leunberger machte eine zweite Dummheit. Er sagte nämlich, »Ich hab genug getrunken. Probiert ihn allein, Herr.« Jetzt hat er die Farbe verraten. Die Farbe der falschen Karte. Fast hätte es der Wachtmeister hinausgebrüllt, aber so nahm er nur dem anderen die Flasche aus der Hand und den Propfenzieher, drehte sorgfältig und langsam den Korken ab, verschloss die Flasche, steckte sie in die Tasche, in dieselbe Tasche, in der er die Toskani trug, und sagte mit ganz neutraler Stimme, »Jetzt war er wieder der fahrende Wachtmeister Studer von Bern, ein Amtspersonen.« »Die Flasche will ich lieber dem Gerichtschemiker mitbringen.« Einen Augenblick stand der Leunberger noch kerzengerade. Dann hockte er ab, stützte den Kopf auf eine Faust und stierte auf den Tisch. »Es war doch nur wegen dem Fliegenkönnen,« sagte er, »wie aus seinem Traum heraus.« Der Wachtmeister schwieg. »Wollte der da Komödie spielen?« »Der sollte jetzt ausspucken, und wenn auch keine Zeugen für das Geständnis da waren.« »Jetzt konnte man doch die Exhumation beantragen, jetzt hatte er, der Wachtmeister Studer, doch das richtige Asper halten.« »Aber um Gottes Willen kein Wort reden.« Ein wenig Mitleid hatte er mit dem Mann. Vielleicht war er doch ein wenig verrückt gewesen. Aber gerade in das Mitleid hinein stachen ihm wieder die seidengestickten Blümlein auf des Bauern Samtkappe in die Augen. Die Finger, die das gestickt hatten, die waren verfault, die hatten sich vielleicht im Todeskampf gebogen. Und niemand hatte ihm geholfen, den Fingern. Er war wohl auch beschwipst, der Wachtmeister, dass ihm solche Gedanken kamen. Jetzt sprach der andere wieder, »Ja, wegen dem Fliegen. Der Großsetti hat es doch in seinem Buch geschrieben gehabt. Nach der siebenten toten Ehefrau, da bekommt man die Gewalt. Da kann man fliegen. Ihm ist's fast gelungen, aber die siebente hat ihn überlebt. Sonst, sonst hätte er fliegen können. »Aber Mensch!« brüllte ihn der Wachtmeister an. Und er brüllte wirklich so etwas Verrücktes. Und er fehle Schnaps den ganzen Nachmittag. »Aber Mensch! Und die Alpenflüge! Auf jedem Flugplatz kannst du doch fliegen!« Da blickte ihn der Leunberger unendlich überlegen an. Seine Augen versteinten wieder, das alte Leuchten durchstach die Pupillen und, ganz leise, mit seiner alten, tönenden Stimme, sagte er, »Und die Unsterblichkeit! Kann ich die mir auch auf dem Flugplatz kaufen?« »Es heißt, und wirst fliegen können bis ans Ende der Tage der Welt, und nichts wird dir verborgen sein.« Er sprang auf, holte eins der alten Bücher vom Wandbord und schlug es auf. Mühsam entzifferte der Wachtmeister die altertümliche Handschrift. Ja, da stand es. Bis ans Ende der Tage. Er nahm das Buch unter den Arm. »Komm jetzt mit, Leunberger!« sagte er sanft. »Das andere wird sich finden.« Sie zogen den Berg hinab durch das stille Dorf. Der Leunberger wehrte sich nicht. Im kleinen Städtchen lieferte ihn der Wachtmeister ins Bezirksgefängnis ein, nach einer telefonischen Unterredung mit Bern. Aber der Wachtmeister Stoder kam um seinen wohlverdienten, internationalen Ruhm. Das Journal brachte weder sein Bild noch eines jener schmeichelhaften Beiwörter, die von den Franzosen so gut beherrscht werden. Denn der Leunberger erhängte sich in der gleichen Nacht in seiner Zelle. Und niemand weiß, ob seine Seele nicht doch noch das Fliegen gelernt hat. Das war der Krimi vom alten Zauberer. Wenn er dir gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du auf den Daumen hochklickst und du das Hörbuch mit jemandem teilst. Wenn du magst, hören wir uns morgen hier oder auf meinem anderen Kanal. Lies Einschlafgeschichten wieder. Aber jetzt... Schlaf gut! Schlaf gut!